So, jetzt ist es ein Zurücklehnen und verdammt, man wird doch nicht vollgeladen. Schade, ich dachte das wäre noch so kacke, aber egal. Ladebildschirm. Äh, ja. Ja, das entsorgen wir mal direkt. Ja, Spaß. Ich hasse es. Blödes Drecks-Turret. Immerhin gibt es hier jene Menüsse-Turret. Hier ist es Medi-Turret. Hier ist es Medi-Turret. Hier ist es Medi-Turret. Es ist eins der Hauptprobleme hier im Viertel, denn dort ist ein riesiger Unterdrücker, der vom Dach aus alles platt macht. Achso. Aha. Oh nein. Wokst du nicht der eigentlich noch? Nein, natürlich nicht. Ich seh's. Wir müssen da rein, um das Tor zu öffnen. Und der Unterdrücker wird auch dann noch jeden, ja, unterdrücken, der durchkommt, bis wir ihn ausschalten. Das ist die beste Synchronstimme, dann mach auch. Du Lappen. Ich hab nicht, ob man die hätte ausschalten können. Ja, schön offen. Warte, warte, warte. Das war's. Anschleichen hilft dich mehr. Ja. Boom. Wow. Verspätete Reaktion auf Doom. Äh. Das war's wert. Auaauuuu. Auaauuu. Mach Platz. Mach Platz. Auaau. Wie? 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 Ach nee. Auaauuu. Suddenly. Pineapples. Auaauuu. Da kommt man nicht rein. Aua. Da nicht. Warte, da wollen wir auch nicht rein. Feuer frei, Gordon. Warte, für Feuer frei. Boah. Fuck you. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Ähm. Die Dinger. Naja. Äh. Ich hab nur noch 44 Leben. Das find ich nicht gut. Korrigiere, ich hab nur noch 36 Leben. Das find ich nicht gut. Wie ging das Ding nochmal auf? Wie war das? Wie war das? Ich mach mich das mal kurz. Ausbaldobern. Das war irgendwo da drinnen. Da ist das. Aber wie zum Geier. Kommen wir da rein. Au. Au. Ich werd gleich sterben. Wieso hat diese Nutte mich getroffen? Wie kommt man da nochmal rein? Ich hab... Äh. Au. Gut. Machen wir das nochmal neu. Das unsere... Er hat hier gespeichert. Von hier unten wirst du es kaum schaffen, Gordon. Wir müssen ihn von innen erledigen. Gut. Und das soll klappen wie... Wie? Also wie gesagt, das soll klappen wie... Aua. Wo ist der... Das war ein Jump. Wo? Ich habe so irgendwie wieder dieses blöde Gefühl, dass ich wieder das offensichtlich über... übersehe. Aua. GG. Hast du gut gemacht. Was ist da nochmal drauf? Kommt doch hier bestimmt hoch. Nein. Die Frage ist echt wie zur Hölle. Aua. Lass das. Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Ich habe legit keine Ahnung. Aber darauf habe ich keinen Bock. Äh. Ich habe echt keinen Plan. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wie soll man da reinkommen? Es führt noch nirgendwo Kabel lang. Es führt nirgendwo... einen Weg rein. Ich möchte mich... Ich nehme einfach mal hier weiter. Warte mal. Es hätte so einfach sein können. Manchmal sieht man echt Die Tür vor lauter Wänden nicht Geil und ich eier da rum Wie so ein behinderter Depp Und Komm auf nichts mehr klar Weil dieses Ding die ganze Zeit einen zuballert Wie schlecht Halt Platzer So hier ist schon mal die Sache Boom Bitch Convenient Die Tür geht sogar Warte 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 So Oh ja Nein tu ich nicht Es ist Freeman Da Schenke ich euch Natürlich haben die Plötzlich schließende Türen Was denn auch sonst Toll Und jetzt Halt dein Maul Geht doch Das hat geklappt So wenn man einmal weiß wie die Leute hier ticken Dann geht das Eine haben wir Okay Warten wir jetzt noch ab Also wir sind jetzt eigentlich so relativ am Ende Von dem ganzen Gesiffel hier Da geht es nicht lang Da geht es nicht lang Okay Man muss ja wenigstens mal geguckt haben Also Oh Hat er Granaten Ich mach Granaten Da mal eine hin Der geht nicht Oha Türme Du hast den Anzug Also kümmere dich um sie Ich erledige das mit der Konsole Hm Toll You don't say Ich hab Keine Granaten Oh guck mal Granaten Mach dich fort Da Ganz arm Gut Ich mach das jetzt auch Ja Schwer hoffen Ich sollte das mit englischer Lokalisierung spielen Oh Fatsch Oha Landungsschiffe Oha Landungsschiffe Die kommen über das Dach Wenn wir durch die Schilde wollen Müssen wir die Generatoren einzeln ausschalten Da Nein Da Wow Das war übelst knapp Boom Das war noch viel knapper Eieiei Warte mal Hier war doch ein Medikit oder Sogar zwei Die nehmen wir gerne mal mit Oh Dankeschön Das finde ich gut Und Das war echt Schmerzhaft Das war übelst Schmerzhaft Und übelst schlecht Aber mir geht es schon wieder besser Äh Da Boah Diese Mischung aus Absolutem Überrans Generator 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 Der ist Wo Irgendwas übersehe ich hier doch wieder mal oder nicht Oder sollte hier irgendwas passieren Außer das Combo jetzt hier auftauchen Die haben wir ausgeschaltet Offensichtlich Das sind die Combo-Säcke Da können wir nichts ausschalten Die sind einfach so Aktiv Fahrt Ah Da oben ist der Generator Äh Wie komme ich da ran Äh Ich glaube so einfach gar nicht Hm Wird doch vielleicht Einfach mal so Ein bisschen Ruhe Gewalt Nein Offensichtlich nicht Äh Die Tür ist zu Die Tür ist auch zu Ich Hab's heute Ich stehe heute Auf dem Schlauch Wie nichts Gutes Hm 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 Da ist nichts Da ist nur der Exit Manche würden ihn noch Brexit nennen Flachwitze.de Hier ist eine Tür Nehmen wir die doch Na ich hasse es Äh Warte mal So da kommt's noch Äh Tötigung Höh So Das ist jetzt zum Glück überhaupt nicht gefährlich Oder so ne Okay Na toll Nur noch zwei Ich dachte wir hätten mit einem zu tun Aber ich habe anscheinend nicht genug zugehört Oh Oh Tja So ne Scheiße Hm Ich hab gerade jetzt meine Waffe fallen lassen Du hast echt deine Waffe fallen lassen Ich glaub's nicht Ich glaub's nicht So Nächster Bereich Womit Ja Ja Halt Ich muss nachladen Warte 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 Und nachgeladen Und weiter geht's Noch mehr? Ne gut Alles klar Und wir können Immer noch nicht weiter Fuck Das hat das Problem immer noch nicht gelöst Der da oben scheint immer noch aktiv Ich sehe mich Ich sehe mich